ARD Text im Auftrag von Funk Okay Leute, heute ist wirklich easy. Wir müssen nur eine Gummi-Ente aus dem Ding rausholen. Ich weiß ja nicht. Komm, hast du Angst oder was? Chat! Becca, wir haben gesagt keine Boyfriends. Becca, wir haben gesagt keine Boyfriends. Jetzt piss dich nicht ein, Mann! Ilya, mach die Tür auf. Bist du sicher, dass ihr das aufmachen wollt? Robin, wir kriegen dich, komm! Ben! 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 Ah, die Verschwächung hält da auf mit der Scheiße! Drück! Komm mal auf! ... Ab! ... ... ... ... Oh, Hilfe! Oh, ich bin Ahnung! Böcker! Böcker, wir müssen raus! Robin, ich meine so fucking Feige! Niemand geht hier raus. Habt ihr mich verstanden? Jack lebt noch! Hint mich, Böcker! Ich stirb nicht für dich! Wer verfinnt sich hier? Hint mich! Hint mich! Hint mich nicht an, Robin! Hast du's immer noch nicht verstanden? Niemand will dich hier! Dumpes Kind! Hint mich! Hint mich! Hint mich! Hint mich! Hint mich! Fuck! Ich hab kein Loch mehr! Böcker! Robin! Böcker! 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 Robin! 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 Hey! Hey! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Komm, wir gehen! Komm, wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Böcker! Elia! Nicht! Was hast du gemacht? Manches bleibt besser verschlossen. Hi! I Christen uns nicht! Hint mich! Hi! Hi!